So, zwischen reinhebeln. Sonst zur Not. Jetzt gehts auf. Und es ist drin. So, zurück wieder an alter Stelle. Jetzt gehts weiter. Wir wollten ja das Zeug hier noch mitnehmen. Der Hänger kommt jetzt nachher auch gleich dazu. Und dann können wir hier wieder weitermachen an der Stelle. Der erste Wurf war schon mal gleich eine Geldkassette. Die ist aber leider leer. Da ist nichts mehr drin. Er zieht hier auch schon die ersten Teile raus. Schaut auch gleich schon mal was es ist. Und dann vom letzten Mal, das hatten wir nämlich noch hier gelassen, da hinten auf dem Haufen, weil wir den Hänger ja nicht dabei hatten, haben wir noch dieses Teil ja gefunden gehabt. Und jetzt haben wir es ein bisschen sauber gemacht und haben entdeckt, dass das ja ein Griff, eventuell ein Dolch oder ein Bajonett, müsste man noch richtig sauber machen. So, und ja, es zieht jetzt schon gerade das nächste hoch. Genau so eine Panzerkette zieht hier eigentlich sogar. Eieiei, wieder so ein schweres Teil. Ja, wie gesagt, hier sind noch genug zu tun. Wir sind jetzt nachher auch dann zu viert. Und dann werden wir schauen, was wir retten können. Ich glaube, es ist ein Panzer. Was für ein Teil. Es könnte schon so ein Panzerkettenglied sein. Ja, ich meine so ein Panzerkettenglied, aber ja, könnte es sein. Eventuell vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ist eine interessante Brücke hier. Interessanter Spot. Wir machen jetzt nachher hier noch ein bisschen. Und dann gehen wir nachher auch nochmal auf die andere Seite mal zu gucken, was da zu holen ist. Also, los geht's. So, jetzt kommt da wieder so eine, sieht aus wie so eine Hülse. Ihr checkt gerade, ob es nur eine Hülse ist. Ja, schon eine Hülse. Ne, leere Hülse wieder, ne, mit Matsch drin. Genau. Jo, letztes Mal schon eine Hülse, jetzt wieder eine Hülse. Jo, dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir hier eine Kette gefunden. Das sind so Heiligenfiguren drauf. Und dann haben wir hier noch Munition gefunden, aber da ist die Hülse schon offen. Das heißt, man kann jetzt hier einfach das Geschoss von der Hülse drin. Jo, und er zieht da schon wieder fleißig. Da sind, wie gesagt, so viele schwere Sachen drin. Jo, also, machen wir mal einfach weiter. So, jetzt haben wir hier noch so ein Baustellen. Schild, Stange, nennen wir es jetzt einfach mal. Und dann haben wir hier noch ein schönes Fahrrad. Das erste Fahrrad für heute. Und da drin sind noch viel mehr. Jo, Problem ist heute, wir haben minus drei Grad. Das heißt, das macht natürlich auch richtig Spaß mit den Fingern. Irgendwann müssen wir uns halt richtig warm halten. So, er hat auch schon wieder irgendwo was dran. Aber wieder ab wahrscheinlich, oder? Ne, geht noch, noch ist dran. Es geht immer ran und ab, ran und ab. Ja, das ist ziemlich schwer. Man sieht ja, die Strömung ist relativ heftig. Nach wie vor. Aber ja, wir schauen mal, was wir noch alles rausholen. Also, weiter geht's. So, jetzt kam ein Kochtopf raus. Wir können jetzt kochen. Aber jetzt muss ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, das Seil, das gefriert. Also, das ist starr wie sonst was. Teilweise so vereist, dass wir, wenn wir es hochziehen, schon gar nicht mehr halten können, weil es einfach durch den Handschuh durchrutscht. Ja, er ist auch schon wieder hinten am, fleißig am ziehen. Also, hier ist es auf jeden Fall spannend. Aber arschkalt. Also, oh, grenzwürdig. Aber gut, wir ziehen es durch. Ja, der Hänger ist auch noch nicht da, leider. Da warten wir auch noch drauf, bis er kommt. Dass wir leider schon mal anfangen können einzuladen. Dann wird ein bisschen warm werden wieder. Ja, und dann kann man nachher mal hier noch ein bisschen weiter machen und dann auf die andere Brückenseite gehen. Also, weiter geht's. So, jetzt haben wir da unten wieder so ein Ungetüm, so eine Palette wie da hinten. Da haben wir im Internet recherchiert, da kostet so eine Palette mal 500 Euro. Und da liegt jetzt noch mal eine drin. Und zwar ist nicht für Absperrzäune gedacht. Ja, jetzt versuchen wir da eine zweite rauszuziehen. Aber davor kam jetzt hier noch eine Damenuhr raus. Ja, ein bisschen Schmuck, ein bisschen von allem. Also, weiter geht's. So, jetzt haben wir hier noch einen Revolver gefunden. Scheinbar, ja, könnte ein Schreckschuss sein. Ja, hier ist Material, das steht für den Schrapp. Also, ein Schreckschussrevolver. Ja. Jo. 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 Wieder ein Pfund. Jo. Ja, ansonsten. Hängen wir da unten immer noch an so einem schweren Sachen dran. Arbeiten uns halt langsam hier voran. Da vorne habe ich noch ein Zahnrad, das kann man noch kurz zeigen. Ja, ein bisschen Stahlträgergedöns. Hier ist noch so ein Zahnrad. Teil. Jo. Ein bisschen Schmuck. So eine Goldkette mit einem Hängerchen. Jo. Jo. Wie cool ist das denn? Jo. 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 glaube ich, seht doch. Ja, das sieht doch mit Münzen aus, aber das kann ich jetzt auch nicht erkennen. Ja, ist noch ein Fach, oder? Ne. Ne. Ja, leere. Vielleicht zwei, drei Münzen, wenn man sich so genauer schaut. Ne. Nix? Ok. Jo, also. Dann machen wir mal weiter. So, jetzt haben wir noch ein Fahrrad rausgeholt. Jo, das liegt auch schon ein paar Tage drin. Also, es kommt hier echt nicht was zusammen. Haben ja Ähnliches zu tun. Ja, hier kam jetzt noch eine Dose raus. Also, scheint eine Dose zu sein. Möchte ich jetzt halt nicht unbedingt aufbrechen. Nachher ist da irgendwas drin, was dann kaputt gehen könnte. Oder vielleicht ist es auch einfach irgendeine schöne Dose. Die würden wir jetzt noch sauber machen. Ja, ich probiere mal. Vielleicht kriege ich sie auf. Wenn nicht, dann, wie gesagt, versuche ich es mal im Museum aufzumachen. Jo. Da drüben ist auch was los. Ja, keine Ahnung. Da wird irgendwie was gezogen, gemacht, getan. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Gehen wir mal rüber. Ich glaube, der hängt fest, wie es aussieht. Ja, da scheint wahrscheinlich irgendwie was drunter zu sein. Eine Art, vielleicht eine Führungsschiene oder sowas, wo er hängt fest hängt. Jo. Dann helfen wir mal kurz. Schauen wir nicht nur zu, sondern helfen mal. Bis gleich. So, Magnet ist geborgen. Hat geklappt. Und jetzt machen wir die Dose auf. Schauen wir mal, was da drin ist. Wäre natürlich lustig, wenn nichts drin wäre. Aber nachher ist da irgendwie eine Uhr oder Schmuck drin. Spannung, Spannung. Irgendwas ist auf jeden Fall drin. Das sehe ich. Und? Da ist schon mal schon hier. Da können wir nur gespannt sein, was da drin ist. Bis sowieso. So, jetzt zwischen reinhebeln. Sonst zur Not. Jetzt geht's auf. Und? Es ist drin. Eine Münze. Yeah. Was? Ist doch cool. Eine Silbermütze. 150 Jahre. Irgendwas. Mit Zertifikat in allem. Einen Schatz gefunden. Geil. Hä? Spielzeug wo fett? Hey. Eine Silbermütze. Ein Motorrad noch. Oberkrass. Und da noch ein Motorrad. Wie cool ist das? Silber. Ein Silberschatz gefunden. In der Kapsel sogar noch drin. 1992. Das sind das ja 10 Mark, ne? Otto. Nikala. Ich weiß es nicht. Catch of the day. Das ist auf jeden Fall. Republik Österreich. Oh. 100 Schilling. 100 Schilling. 100 Schilling würden sie sehen. Cooler. Jo. Also. Einen Schatz gefunden. Yeah. Also. Und dann. Was haben wir noch? Ist ja nicht so. Es wird. Dass es vorbei ist jetzt. Dann habe ich hier noch ein Radio. So ein mobiles Radio gefunden. Ne? Äh. Ja. Riesenklopper. Eins nach dem anderen kommt hier raus. Also Wahnsinn. Läuft ja jetzt hier. Weiter machen wir. Ja. Jetzt sind wir. Soweit fertig. Ja. Abgefischt. Und jetzt. Packen wir langsam den Hänger voll. Seile sind schon fertig. Jetzt laden wir erst da drüben auf der anderen Seite das Zeug ein. Dann fahren wir hier rüber. Laden hier das andere Zeug ein. Und dann soll es für heute gewesen sein. Jo. Ich denke es war spannend. Hatten da paar richtig coole Funde. Da ist jetzt gerade noch eine Uhr dazu gekommen. Heißt es jetzt zwei Armbanduhren. Ein Revolver. Die Silbermünze. Also echt tolle Sachen dabei gewesen. Ja. Dann der Griff von dem Degen oder beziehungsweise Dolch oder Bayonetta. Und jetzt. Je nachdem was es ist. Jo. War jetzt auch sehr spannend. Würde ich sagen. So. Da haben wir dann nun die Funde. Einmal den Riesenfisch. Den kann man dokumenten. Jo. Der ist gut. Haben wir schon geguckt. So ein Objekt kostet so ca. 20 Euro im Internet zum Bestellen. Also gar nicht mal günstig. Dann haben wir hier nochmal die Kette mit diesen ganzen christlichen Symbolen. Ja. Dann haben wir hier die Uhren. Also hier kann man. noch ein bisschen was erlesen. Hier ist die Scheibe weg. Aber man kann jetzt auch ganz gut erkennen. So. Jetzt sind die zwei Armbanduhren. Dann haben wir hier so zwei Schlüssel. Wenn jemand weiß für was die Schlüssel sind, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Ok. Dann haben wir das hier gefunden. Da kann ich nichts dazu sagen. Das ist der hintere Teil von einer Gewehrgranate. Hier vorne war der Bauch. Und da hinten war die Zündladung drin. Ist aber komplett leer und daher ungefährlich. Die hat abgefeuert ist ja auch. Genau die ist abgefeuert. Sieht man hier oben ganz gut. Der hat schon aufgeplatzt. Das heißt die ist komplett ungefährlich. Kann man das mal sehen. Jo. Gut. Dann kommen wir zur Münze. Die wir gefunden haben. Hier kann man es lesen. 100 Schilling. Die glänzt. Wie verrückt. Genau. Gut. Und dann haben wir noch hier einen Griff. Wahrscheinlich von einem Säbel. Genau. Da haben wir jetzt ein bisschen recherchiert. Da fehlt ein bisschen was. Aber das ist auf jeden Fall ein Griff und ein Säbel. Da fehlt halt der Handschutz bzw. die Parierstange. Aber ansonsten ein schöner Fund. Genau. Gut. Das waren noch kurz zusammengefasst die Funde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Daumen hoch. Und über jeden Kommentar freuen wir uns natürlich. Also bis zum nächsten Mal. Hier noch kurz ein Eins. Nicht den Hänger. Der ist trendvoll. Jo. Hat sich also gelohnt. Bis zum nächsten Mal.